Oh mein Gott Leute, das ist einfach nur mega krass und ich habe jetzt so viele Brawler auf 575 und Spike habe ich jetzt auch wieder auf 700 Alter, oh mein Mega Leute, wie viele Star-Punkte habe ich bitte bekommen? Das ist einfach meine beste Season-Belohnung bis jetzt Leute, oh mein Gott, ich glaube es nicht Und Leute, falls ihr mich supporten wollt, dann kommt gerne in meinen Brawl Stars Club rein, da heißt die Gärtner, das wäre natürlich sehr Ehre, wenn ihr reinkommen würdet und ihr habt auch eine bessere Chance mit mir zu spielen und ich werde jede Anfrage von euch annehmen, also Freundschaftsabfrage und ich werde immer mit euch spielen, deswegen es lohnt sich in den Club reinzukommen, ich würde mal sagen, los geht's mit dem Video Oh mein Gott Leute, heute ist die Season-Belohnung rausgekommen und ich werde die euch jetzt zeigen Irgendjemand war auf meinem Account und hat die Season-Belohnung geöffnet, ich weiß nicht, ich wäre aber auf jeden Fall scheiße Aber trotzdem Leute, meine Season-Belohnung ist so verdammt krass geworden, schaut euch das an Oh mein Gott Leute, 1890 Star-Punkte, Leute, das ist auf jeden Fall meine aller allerhöchste Season-Belohnung bis jetzt Ich hatte immer so 700 oder was auch immer und ich habe das endlich geschafft Ich hatte fast die 2000 Star-Punkte, Leute, guckt euch das einfach mal an, wie geil das ist und aussieht, Leute 1890 Star-Punkte, auf jeden Fall, das war meine beste Season-Belohnung bis jetzt Ich glaube auf jeden Fall, ich schaffe bei der nächsten Season genauso viel Und ich zeige euch mal kurz meine Brawler, wie die jetzt aussehen und so weiter Oh mein Gott Leute, das ist einfach nur mega krass und ich habe jetzt so viele Brawler, 575 Und Spike habe ich jetzt auch wieder auf 700, Alter, oh mein Gott Leute, ich habe so gar keinen Bock, die alle zu pushen Auf jeden Fall Leute, das war meine Season-Belohnung, ich hoffe, die hat euch gefallen, es war ein kurzes Video, ich weiß, aber Ja Leute, ich wollte eigentlich gerne so aufnehmen, wie ich meine Season-Belohnung öffne, aber irgendjemand hatte ich schon geöffnet Deswegen, Leute, ich will einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen Ich will einfach mal sagen